Strahlblaue Augen, blonde Haare, Wahnsinnskörperbau und Stürmer der isländischen Nationalelf. Ruri Gislason gilt als die WM-Entdeckung. Zumindest für Frauen. Der Isländer gilt seit seiner Einwechslung gegen Argentinien als das neue Sexsymbol. Auch wenn er auf dem Spielfeld eher unauffällig war, war die Damenwelt einfach hin und weg von ihm. Vor der WM hatte er noch 30.000 Follower auf Instagram. Mittlerweile hat er die erste Million auf seinem Konto.